So Leute, dann geht's auch hier wieder direkt weiter. Ne, ekelhafte Suppe. Einmal schon rein. Und dann schauen wir mal, da ist nix. Ah, die laufen jetzt einfach, ich würde sagen, weiter im Kreis, ne? Irgendwann muss ja auch Ende sein, würde ich sagen. Nochmal zwei Todespriester, die kriegen wir. Die wir einfach mal so machen. So. So. Ich würde es sehr gerne ausprobieren, ne? Genau weiß ich nicht, ob es funktioniert. Na gut, da hat er jetzt nur vier Punkte, zwei von denen schon wieder, ey. Hau doch einfach ab. Na, kriegen Sie wenigstens alles mit. Boom. 35 Schaden, aber nicht verflucht. Das hätte ich als erstes gedacht, dass er verflucht wird. Jessica macht wieder wohl. So, so. Jessica macht wieder clear. Ja, komm. Machen wir das so. Und ich habe mir in der Zeit was zu trinken. Mache ich mal eben kurz muten. Und ich habe mir nur was zu trinken schnell geholt. Passend, glaube ich. Dass wir da angreifen können, ne? Nein. Aber der hat vorher den schimmernden Schuss irgendwie Widerstand gehabt bei denen. Das ist gar nicht geil. Machen wir so. Machen wir so. Probieren wir es nochmal. Und dann machen wir... Ja, vielleicht funktioniert es bei denen. Kritischer Treffer. Nicht gut. Eieiei. Na, danke. Ich bin schon mal tot. Habe ich schon mal einen Laster weniger. Zwei weniger. Drei weniger. Den anderen machen wir jetzt nur Outfits. Wollte ich gerne. Ich mache mal. Doch, Angriff. Gepäck. Benutzen. Jetzt habe ich hier nichts mit, ne? Doch, Jessica. Machen wir das mal eben so. Wollen wir eben alle noch ein bisschen schnell leben kriegen. Und zwar ein bisschen kostenloser. Vroom. Okay, ja, gut. Dann kommt jetzt, glaube ich, der Gelehrtenring, der auch nochmal ein bisschen hoch heilt. Und jetzt alle voll haben oder so. Finde ich mal. Ja, alle voll. Und das heißt, wir können untacken und tot ist. Also nicht viel Verlust gemacht. Ja, eine Suppe. Ist ein Schaden gemacht? Ja. Gute Suppe. Ist okay. Warum sind hier keine Truhen drinne? Oh, na. Oh. Ne, da brauche ich. Da will ich erst nochmal zur Team rufen. Machst du kalt. Der Linke gefällt mir nicht. Der Linke gefällt mir nicht. Der hat richtig Fisch. Ja, nein. Die anderen gehen vielleicht. Oh, 26. Und darf nochmal eingreifen. Danke. Und schläft dafür auch noch. Super Sache. Ist wieder wach? Nice. Mach noch, als er ist kaputt. Kacke. Der Linke nervt. Greif doch nicht immer den an. Der darf nicht sterben. Ich brauche den doch vielleicht noch. Okay. Der darf schon mal keine rufen. Super, dass du den Grün angreifst. Greif man ruhig den Grün nicht. Den. Hallo? Ah, ihr greift schön den an. Wow. Der ist schon mal weg. So. Und ich würde sagen, so, so, so und so. Oh, das ist fast eine Möglichkeit. Bam. Oh, ii, dein stinking riesigen Fuß in meinem Gesicht. Wollte ich aber nicht. Habe ich wohl noch Leben verloren? Ja, mach mal so, 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 so. Fest. Ah, ja, ja. Ich wollte eigentlich Nadelschuss machen. Äh. Mal kurz Magie. Eine Mittelheilung reicht. Muss nicht voll sein. Äh. Okay. Eine Statue. Brrrt. Oh, oh, oh. Machen wir noch mal kurz. Ja, machen wir noch mal kurz. Team Ruf. Ist sicherer. Ich komme. Kaboom. Links ist Resistenz. Das weiß ich schon, ja. Ja, gegen den kannst du mir ein bisschen machen. Wollte auch schon viel Schaden was bei dir. Bam. Okay, der Priester ist schon mal tot. Jetzt kommt noch der. Ich habe wieder einen. Shit. Hölgengladiator, ne? Boah. Dankeschön. So, den Steinwächter. Den kriegen wir jetzt eigentlich. 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 Naja. Machen wir das mal eben mit uns selber aus. Hau ihn doch. Zwei Schaden ein. Wie süß. Hab wir da für 111 zurückbekommen. Danke, Jengis. Oh, nur eine Mitteleilung. Ja, reicht auch. Tschü, tschü. Da, oder, da. Da, oder, da. Oh, ho, ho. Na, komm. Nochmal again. Aber jetzt nicht mehr so ein Scheiß. Hölgengladiator. Schmorgel. Ist okay. Schmorgel. Ist nicht okay. Boom. Clap. Boom, boom, clap. Nein, doch nicht dein Stinkwuchs in mein Gesicht. Faust. Jetzt hätte jeder mal ein Schmorgel abbekommen. Könnte ihn auch ruhig töten. Ah, Mist. Letzte Runde. Können wir nur einen Schaden mal. Ah, shit. Der Schaden hätte reinkommen müssen. Mach mal so, mach mal so. Mach mal so, mach mal so. Na, der schreit Feuer an, oder? Jessica, danke. Clap, boom. Da ist er umgefallen. Okay, da ist die Figur wieder. Ich würde mich irgendwie verarschen. Okay, das geht im Kreis. Okay, und andersrum geht's dann wieder. Ja, okay. Versteh. Äh. Irgendwie will er nicht böse sein, aber hier. Nehmt mal die drei Weisen und könnt ihr eure Kollegen kennenlernen. Nehmt, nehmt. Hier, lass sie einmal. Boom. Boom. Aua. Ah, jetzt haut er zu. Oh, macht der 100er Konzentration? Hier. Bam. 466. Mö, mö. Okay. So, so. So, so. Jetzt sind wir okay. Lass es regnen. Und zwar ein Feuerstrahl. Wow. Nochmal kurz. So, so, so. Und vielleicht ein Zauber. Ne, ist das eigentlich egal. Gib ihm einfach. Oh, das besiegt easy. Easy. Dann machen wir... Ah, ne. So viel Leben war das gar nicht. Jengiz hat noch viel. Ja, wie gesagt, fast 500. Äh. Äh. Das ist ein Endgegner da, ne? Das sag ich mal kurz so. Speichern kann ich nicht. Geld hab ich jetzt... Ah, 6200. Oh mein Gott. Ich würd' sagen, ich mach's einfach. Gar, was kommt da vorne? Ist doch wie jedenfalls ein fetter Fehler. Wer ist das? Was ist das für ein Glühwürmchen? Oh mein Gott. Raphadron. Das ist... Ach, du Scheiße. Du bist so ein kleines, fettes Glühwürmchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, für ist der Finsternis, Alter. Du kleines, fettes Glühwürmchen bist du ja. Ich hab so ne schöne Überraschung für dich. Ich habe... Das, das, ähm, hier machen wir vielleicht mal ne, warte mal, magische Barriere, wo machen wir das hier? Äh, Fun erstmal. Guck mal, bei irgendwas gegen den Mund oder 20. Uh, Drecksau, boah, das nimmt Schaden. Oh nein, der greift zweimal an. Oh. Egal, kann der erstmal Ultis fressen einmal. 143, sauber. Bam. 212, sauber. Dann würde ich sagen, äh, Das kann er eigentlich nochmal machen. Da macht Cengiz im Gepäck, hab ich doch noch den... Warte, da... Okay, benutzen wir. Dann machen wir Beschleunigung. Und Angelo macht Multiheilung. Boom, boom. Ah, ich hätte auch noch die Mega-Heilung einsetzen können. Das ist ja gut, dass ich ihn noch voll geheilt habe. Nein. Boah, der nimmt nicht so viel Schaden. So. Ich könnte erst... das fressen. Ich könnte eigentlich... Ja, ich brauche die Heilung von Angelo. Obwohl, ja, äh... Da ziehen wir jetzt nicht so oft rein. Dann haben wir noch einen Zauber. Äh, stellt die... Vollständig wieder her. Okay, machen wir das so. Das kostet hier viel Zauber. 27, okay. Aber das ist... egal, machen wir einmal mal. Nee, das ist Schwachsinn. Nee, nee, nee. Treff du an. Ganz eigentlich hier so. Dann machen wir nochmal so. Und Vollheilung auf Cengiz. Boom. Beschleunigen wir uns nochmal schnell nochmal. Zweimal sollte reichen, nur dreimal. Nice. Ah, schade. Ah, das ist ein Endgegner jetzt, ne? Darf zweimal angriffen? Nicht. Dreier Shit. Das heißt, Zauber sind erstmal wirksam. Dann machen wir einen normalen Angriff. Äh... Ah, was sind wir? Nehmen wir nochmal die Sense. Versuchen, dass er geht. Beschleunigen nehmen wir noch einmal. Und die Zauber machen wir göttlicher Beistand. Ja. Alle Angriff reicht eigentlich. Oh, sauber. Kaboom. Cengiz müsste jetzt am wenigsten wieder treffen. Ja. Der ist richtig tanky. Gegen sowas. Aber das nicht. Weiß ich auch nicht. Obwohl... Happy Daniel.